. Grüß euch alle miteinander. Wir bedanken uns recht herzlich zur Nominierung von der Freistauner Skröping zur Cold Water Challenge 2014. Ihr kennt das Spiel ja schon, alle miteinander. Man hat 48 Stunden Zeit, ein Video zu bringen, wo man im Wasser tanzt, singt, spielt, wie auch immer. Heute sind wir dran. Leider, liebe Gröppinger, es wird nichts mit eurer Jausen. Aber wir werden heute hinten auch einen Schnapsel trinken. Ihr wisst alle, wir haben jetzt auch das Recht, dass wir weitere Gruppen nominieren. Unsere Nominierungen sind der Trachtenverein Rossäcker-Bruck, der Trachtenverein Berneck und der Trachtenverein Steirerherzen-Knidelfeld. Ich habe 48 Stunden Zeit, unser Video zu liefern oder wir kriegen für euch ein Jausen und ein Getränk. Auf geht's! Ja! 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 Musik 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 Ja! Ja! Da weiss der ein! Ja! 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 Ja!